Ich heiße Josef, genannt Jupp, bin Brauer bei der Faust in der Produktion. Das Besondere hier bei der Faust ist auf jeden Fall die Lage, erstens. Dann zweitens natürlich, dass jeder Tag eigentlich auch durch diese besondere Lage, die wir haben, halt speziell ist, aber halt auch abwechslungsreich. Dass man nicht immer am selben Arbeitsplatz ist und das macht es halt auch irgendwie aus. Man isst alles und das ist das Schöne. Außerdem kann man halt sein produziertes Bier am Ende entweder mit nach Hause nehmen oder genießt es ganz gern auch im Biergarten oder im Riesen. Wenn man bei uns als Brauer anfangen möchte, dann muss man auf jeden Fall motiviert sein, man muss teamfähig sein und bierbegeistert sein. Damit hat man eigentlich schon fast alles.